Yo Leute, ich bin hier, ich bin hier, guck mal, Haida, ihr wisst wo ich bin, ist das Hamburg City hier, sind das noch Landungsbrücken? Ne, das hier ist HafenCity, Landungsbrücken ist jetzt einfach rechts runter. Ihr hört ihn hier im Off, Sammy filmt gerade, wir drehen Video, also er macht ein Video hier. Wir machen genauso wie die anderen Rapper eben auch, so mit dicken Autos und so, uns nichts besseres eingefallen. Guck mal, die Felden. Eigentlich wollten wir Bentley, ja, wir wollten eigentlich Bentley, aber sowas krasses, hier fährt eben keiner. Hat das Ding überhaupt eine Marke? Piaggio oder so? Also Jungs, wir machen jetzt hier mal ganz kurz Fahrstunde für Sammy in Afrock. Hier steigt ihr in die Kiste, fahrt hier vorne, rechts um Block, rechts um Block, rechts um Block, das ist eine Einbahnstrafe. Nur einmal ganz kurz so ein bisschen ein Gefühl fürs Fahren zu kriegen, dann steigen wir, dann organisieren wir uns einfach an, dann fahren wir los auf eine zweispurige Straße, wo wir auch von der Seite und so weiter drehen können. Das heißt, am besten jetzt rein in die Karre direkt, bis wir starten, Angst, da gibt's drauf. Ja, ich bin richtig früh beim Fahren, ja, wie du, weil Sammy fährt, das geht. Ich kann nicht, ich hab nicht mal Führerschein. Ja, wir drehen das auch direkt. Ja, wir drehen das auch direkt. Untertitelung des ZDF, 2020